Herr Jesus, wir kommen von dir und wir sagen dir Dank, dass wir diese Gelegenheit haben und die Wurden anzukommen und wir sagen dir Dank für das Tag und für die genoten Zeit, wo wir leben, dass wir die Chance haben, uns nach dir zu wandern und wir beten, dass wir, wenn wir in den Wurden anzukommen, dass du uns segnen möchtest, dass die Dinge, die uns auflenken würden und stehen würden, dass wir ganz klar würden, dass wir uns in unseren Horten regieren und dass wir dort würden gehorchen, was du uns zu sagen hast. Ich bete für jeden, was du besonders in Schwarte-Titen hast, dass die Däverstich-Biesern und auch segnen und hoffentlich wiesen und einen guten Tag schenken. Amen. Gut, ich kann, wie das jetzt wird, wie das wird, wie das wird, wie das wird, wo wir vielleicht und das wird, wie 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 das wird, wo wir wollen. Und da ist unser Ewa Schraf, andere, den war ich, nur im öffigen Leben gewesen. Und da ist das, was wir hier auf jeden Fall merken, wir sind aus dem Weich, nur in der Eifigkeit, und wir sind da Konzente, der Ewa. Wir sind alle Konzente, dort wir haben, war ich nur in der Eifigkeit, und wir wollen da bloß auf der Reichte steht, umkommen. Und dort ist das, was sich dieses Klaus handelt, und die wollen vielleicht auch gesungen haben, dort bilden, was ich hier gemolten, und gewundert haben, was das Kosten hier bedient. Und da wird, was die Position hier bedient, und ich habe hier bei den Nombers Haarschrieben, werdet ihr sein, das ist Satan, den kann man es keiner weg. Wer würde an den Kosten sein? Ja, das stimmt. Ich habe dort zu nehmen, die Ola, ja. Wer würde an den Kosten sein? Das ist Jesus. Ich habe den Krieg hier gemult, dass er hier liegen wird. Das soll symbolisieren, dass er für uns hat. Ich habe den Kosten hier gemult und der Leer, wo wir Menschen uns so machen, wenn ich mal bin, befinden, ab dem war ich nur die Eifigkeit. Wenn wir ab dem war ich nur die Eifigkeit seien, dann fingen wir ins Vierten in so eine Dose. Da geht es nicht nachher. Und hier meine ich nicht bloß das Zentrum. Hier im Zentrum steht, wo einer sich eigentlich ausfällt. Aber Böden, wenn er keinen Sinn leben darf, dann sind er keine Söhne ausbauen. Ja, hier ist kein anderer, wo ich gehört habe, als der Kaisers. Dann habe ich hier gemult mit der Leer, der ich amt habe, wie hier die Dose rührt. Und wir wollen uns hier in ein paar Bibelaufschnitt bekehren, was uns dort klarleihen, was wichtig dort ist. Dort, wie dem war ich nur die Eifigkeit nicht leichtfertig wahrnehmen. Das ist die ganz wichtigste Entscheidung, was wir hier in Irden merken, wo unsere Eifigkeit war. Und wir wollen sagen, ich habe das Kosten hier so gemult mit der Hände. Und wir wollen, dass uns leben, dass uns in Gott seine Hände, in der Baumart hier in der Hände, wo wir nie mehr wollen, wenn wir das was raufklappen und uns dort am Atalot. Dort haben wir den Chance in uns leben, dass wir uns in uns leben, in uns leben, uns über dieses Kosten rührt halten sollten. Dort, wie hier rührt, in Jesu Vergebung annehmen, und dann ab dem Weichen im Himmel, und ich habe hier in dieser Lektion gestalten, wort wir nehmen, dort wie dort abwornen, nur selber ab, das war ich. Das war ich jetzt bei mir ab. Wir haben dort vierten gesagt, das ist eine Sleihe. Wir haben dort vierten gesagt, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt bin ich auf dem Rutschen, jetzt will ich bloß nach dem Himmel nach dem Rutschen. Dann nehmen wir das Jach ab, denn ich wollte das bloß an meinem Leben. So froh, dass ich bieten sei, in den Versuchungen durch sein, und du an Menschen ankommst, oder meine Ihnen lassen mich retten, du hast abends, als du bis jetzt war ich, vielleicht früh, dann muss ich dich entscheiden, was ich tun will. Oder, ich habe einen Schworen dach, und dort habe ich alle. Wir haben alle noch einmal, das einzige Mal gedacht, und er so blöd, was ist er eigentlich ein Schworen dach? Weil wir haben alle Schworen dach, und dort sind Charaktertiden, wo er so tun, deshalb Chance nahm. Wenn es Vater dann sei, sonst schworen da, und ich kann sein, ich habe hier mit dem Bödel, und dann, sonst schworen da, du baut er gleich, von der oder du an Klimpaschen. Weil, ich will erwähnen, weil ich heute, ich bin in der Städte, und ich bin in der Städte, und ich bin in der Städte, und ich bin in der Bödschaft, und ich bin in der Städte, und die haben sich durch drei Änderung abgetiert, und dann haben wir am Sonnenfälle, ich habe jetzt irgendwie ein Hüßchen geführt, und dann habe ich da auf den Hüftstich, so ein paar Geschmacken hergeschoben. Oh ja. Und man weiß, ich habe mich für den Bödel, dass ich so verdammt, dass wir da nicht geschafft haben, dass er sagt, aber wir haben einen Eibel, so geht es in den Juni, und man kann es ja immer mehr checken. Ja. 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 Ja, das ist doch das. So lange, als wir hier auf Irre wohnen, dann wollen wir einmal in den Versuchungen sein, und dann, wenn wir ein Klippetchen neu geladen haben, oder nicht so recht alert sind, an Gord, dann beitet ihr das an. Und weil die wurden einfach eine ganz geratstige Form, von der und da, als für das, und ich glaube, hier wurden ein dolles Mittelstuhl mit das. Und wenn ich auch all mein bestes Proven, und all mein, äh, soja Bibel lesen da, und was immer an, und guck, und wach, bei den Tag, wo deine Frennen auf dem Hafen kommen. Das sagt nicht wenig. Das sagt nicht wenig. Soja wenig. Ja, ja. Er hat Familienmembers, und so, ich weiß ganz kurz wie mein Onkel hier, ein von meiner Onkel zwei hier, und, äh, die hatten dort nicht ganz so wichtig, dass wir nicht würden, zelebrieren. Klippetchen. Weißt du, was ich meine? Aha. Und da muss ich so ja klar haben. Ich zelebriere mit dem Führer, der wird mir ein Leusthof. Ich doch nicht mehr, du zelebrieren. Okay, kann ich Ihnen mit dieser Bibel zeigen? Ah, wer? Ich glaube, ich sage, ich habe mir gedacht, dass wir für ein kranker Säuren in die Bühne bringen, nicht? Aha. So, was wir da brauchen? So, sag ich dir da zu einem, oder seh ich dir da zu einem anderem? Nein, nicht alles ist da oben gemeint. nicht alles ist da oben gemeint. Die Säuren, was du an Säuren schworen, taffen, die da haben, mit dem, zu dem sag ich dir, was von einem und dann hat das Leben durchgekommen. Dort sind die Jungen krank, und wir sind niemals so krank, dass uns das fehlt. Stimmt das? Ja, weil es vorhin, da kann ein Excuses sein. Wir können uns Excuses merken, dort wie, dort wie, dort wie, du nicht klar, immer dann. Ja. Ja. ich weiß, das haben wir, das kommt hier immer, in einem wahrer Ewadel. Und, mit Üben wird einer sagen, in der Lehre, wo der Mischte von uns, wo ich sagen bin, ich weiß, wo der, alle Menschen, die Röden lesen, die Sprüche, wo der sagt, was von der Anordnung der Röden kommt. Da wird wie, niemals brechen, zum unseren Kassen merken, wenn wir die Bibel, uns, die Dinge, rüttlesen, wie in Kreuz, die seltsche Bibel, nur sagt, ob wir anordentlich, das ist. Und, besonders, was von der Versuchung, das ist, für Menschen, die dort, alle als eine Excuses bringen. Ich kann es verstehen, was ich meine. Wie in Säure, was? Sorry, ich habe oft, ich hatte, ich hatte einen Streetminister, jahrelang, und die Leute, am Freitag, kommen aus der Bar, und berfen in deinem Gesicht, oder ein Drunker, und sagen, Jesus, heimt die Sinner, und kamen, um zu sagen, dass Jesus ihnen die Thumbs-up geben hat. Oh, ja. Ja. Ja, das ist. Ja. Ich würde sagen, alles, alles was wir vergeben, denken, weil es, dort ist ein Denk, wo wir sollen überdenken. Wenn wir unsere Leute haben, und wir sehen Excuses, dort darf ich das bieten. Dort darf ich das bieten. Das darf ich das bieten. nicht kontrollieren können, und dann in der Anordnung, und dann nicht im Klaren zu stehen sein, und dann denken, woran bestimmt unsere Titel ist. Und einer wird doch wohl in Klaren oder Eifigkeit gehen, nicht? Definitiv. Definitiv. Auch wenigstens glaube ich. Denk mal an, dort bieten, ich habe das hier abgeschrieben, aber, denk mal an, dort bieten, was dieses Jahr von den Tieren jungfrühen ist. Die Tieren jungfrühen mit ihren Lampen, und wir werden den Tieren durchrichten, die haben nicht Eulen in ihrer Lampen. Und die Tieren stecken, und ich habe gehört, und wo zeigte ich, du meinst? Das ist ja nicht richtig, in der Tieren. Exactly. Aber, und weißt, was uns dort von dem Dach sagen wird? Ich will mal sagen, haben wir uns mal über den Dach wo wir hier waren, bei diesem Dach angekommen, und wir dort an der Dach stehen und anbieten, haben wir dort Eulen gemacht. Ich will nicht sagen, was das Eulen ist. Was wollen wir um Himmel, wo wir den ersten Tieren wollen? Was wollen wir sagen? Was wollen wir nicht wollen? Was wollen wir nicht wollen? Was wollen wir nicht wollen? Ich will mal sagen, ob ich das hier hast, ich finde, aus dem Mond habe ich mal her, Matthäus 22 auf der vier Tieren. Du hast das ein Mann, der ist vor allem, der heute ist gekommen, der ist nur im Himmel gekommen. Und dann kommen sie abzuschicken, dass dort auch einer wird, hier, 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 hat. Ich will ein paar Falschen hier lesen. Aber als die Königin kommt, der erste besagt, sag heute ein Mann, der nicht ein Kaskleid anhat. Sie, der hat sich nicht gereinigt, in der Tieren der Üt. Und dann sage ich, und heute seht der Abend, Fremd, wo bist du hier, wo bist du hier, ohne ein Kaskleid nahe gekommen? Wo bist du hier, ohne ein Kaskleid nahe gekommen? Und dann sage ich, das ist der, Dämonen wissen nicht zu sein. Ja, ihr seht, was wichtig ist, unser Eil und unser Land, das Anspruch, was wir Jesus wollen, abzahlen, den Dankschein, dass er uns geradhaft in der Zeit ihre Talut wird, in wir aufhören, dann lieben wir uns einen Spruch ütwendig, und den haben wir einwendig, und den es uns fehlt, und dann sag ich, wenn wir hier sind, wenn ich war, das erste war, Jesus, I love you. Du mir hast mein Leben gerad. Nun denke ich, die Tien Jungfrust, der war mit einer Kass verglägt, der Bräutigam, Kamp, nun hör ich mal, was sag ich, die Brüte, was sag ich, die Brüte, die Brüte, die Brüte, die Brüte, I love you. Wieso vergleichter die Brüte, die Brüte, die Brüte, die Brüte haben eine über die Brüte, die Brüte, Ich liebe dich. Was ging unsere Gedanken? Den Dach, der war der Kopf. Was wollte das sein? Ja. Und du hast ihn verglichen mit einer Kast. Wenn uns das so klar sind, dann ist das so klar, dass wir uns an der Ansonovia einmal reiten müssen, dass wir die Fähne sehen. Und ich leute mich hier nennen, wenn ich mir das Bild bekomme, wo wichtig das ist, dass wir die Entscheidung in der Tietz merken. Ich kann hier noch ein paar Mal erforschen, weil wir uns mal... Das ist eine irgendeine Sache, in der Offenbarung 20 Falschhaftieren. Du sagst, das ist das. Und wenn irgendwem die Nomen nicht im Lebensbuch geschrieben sind, werden sie in den Vierzeilen geschmieden. Ja, die Entscheidung, was wir hier merken, ist sehr wichtig. Dort sagt die Schrift, hier ist das, und hier ist die Erlösung. Aber dort können wir nicht spielen. Aber... Wenn wir uns dort leider fertig sind, ich habe hier ein paar Aufschnitt, wo wir uns bekehren wollen. Wenn wir uns fertig haben, ich sage, wie? Ich habe das fertig gemacht, in der Gefahr des Amador. Wenn wir uns erst in diesen Kosten befinden, dann rauben wir nur Jesus. Stimmt das? Das ist das Städte, wo wir nur Arme rauben. Hier wollen wir auch wenig von Arme. Kann ich sagen. Und dann riecht er die Lade an. Und dann sage ich hier, was du bohst. Und dann sage ich, die hanket nicht auf beiden Seiten. Kann ich verstehen. So ein Mensch, der sich da noch ankickt, in den Tritt gekickt, der wird nicht im Himmel sein. Der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was war uns dort einmal? Was? Die Entscheidung nicht klargemerkt. Die Entscheidung nicht klargemerkt, oder? Sie kloten von dem Mentiroso, was anwählt. Ja. Ja, und der Gefahr, das haben wir, weißt du, das ist der Gefahr, der war der Kampf. Was war einmal sagen, wenn ich hier ab eins, irgendwas war, und ich war in Tita, ich begegne mich mit einem Mensch, der beschuldigt mich bloß, und der grünscht wird immer mich, in diesem Jahr, und dort. Und dann fang ich mal an, drei zu kicken, ah, weißt du was, das Mensch, dort bloß das an mir an. Und dann fangen wir uns an, alle Hände, alle Dinge fertig zu schmieten, weißt du. Und dort kam ein Krack von, dort, ich hatte ihn hier mit dem Bödel, und dort gemalt, ob er noch meine Eigenschaften hat. Was war uns da mal, was von seiner Eigenschaften? Knocked down, und dann wollen wir uns hier, nach Wort von der Eigenschaften, wo ans Verhältnis ist, wann wir das auch genommen haben, weil diese Staub sind. Wir wollen uns einmal hier ein Staub bekämpfen, etwa hier ein Nomen haben geschrieben, oder ein Wort, und dann wollen wir hier einen an diesem Sinne sehen. Dann wollen wir dort ein Bett balancen. Ja. Dann wollen wir ein Bett zeigen, wo ans Läufer wird jankern zu sehen. Das ganz erste, was wir machen dann, dort, in Pfizer 1, 7, 8, dort ist, eine faste Entscheidung mehr. Nun geh ich ab, die Lehren ab. Ich werde das mal lesen. Durch Jesus, das ihn blöd für uns gegeben hat, sind wir losgekauft, und sind die Sünden vergeben, durch die große Genut, die in uns Leben nennen kann, und uns die Übung für die Wahrheit aufmerkt. Amen. Du hast, heute aufhören, wie wollten das nicht? Alle von denen, die das gehört haben, wie wollten das alle? Kannst du verstehen, das ist nicht ein Triebel, oder nicht? Das haben wir in Götzinn gut gelesen. Da wollen wir. Und was passiert, wenn wir das erste Mal sagen lassen, was passiert, das ganz erste Mal, und wir haben das erforderlich. Was passiert das erste? What passiert, das jetzt passiert, was uns das aufgenommen hat? Sorry, was ist die Frage? What happens, right after we get saved? What would be the first word we put there? Das erste Dank. Friede und Warten. Friede. dass wir da bloß krägt. Wie der ganz erste dann ist der Turmant ever. Dann haben wir Frieden. Frieden. Dann haben wir Frieden wenn wir uns entschieden haben. Dann haben wir Frieden. Dann ist der andere Frieden. Welch, welch? No. Dann habe ich. Dann ist es passiert. Dann habe ich mal Frieden. Ob ich will oder nicht. Dann ist er mal Frieden mit dem. Und weißt du was? Wenn ich Frieden gekriegt habe, fuhre ich das nächste. Dann ist Frieden. Dann ist Frieden, dass ich das mal abgehebt habe mit der Versuchung. und dann habe ich Freude. Ich sage es nicht. Aber ich sage es nicht. Das ist wichtig, wenn ich die Herren nicht vertreten. Ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Wir werden strugglen. Wir wollen unsere eigenen Powers da bringen. Deutsch hofft nicht. Wir werden strugglen, wie wir da werden. Ich will uns mal Rheumar 4 Tieren, 7 Tieren lesen. Rheumar 4 Tieren, 7 Tieren. Hier wollen wir ein paar Bibeln forschen, die die Bibel gedreht haben, das ist wie wir da. Da sage ich, das ist das. Dort Gottes Recht ist nicht essen und trinken. Dort ist die Reichtigkeit, Fried und Fried im Hellen Jes. Kreis des Eichs. Dort ist der Jesch ein Klormark, wo der Gottes Recht ist. Dort kommt der Jesch den Jesch. Dann wollen wir uns noch lesen. Galater 4 Vers 22. Den Jesch in der Frucht ist Leib, Fried, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gaut Gesahn, Glauben, Geländigkeit und Selbstbeherrschung. Und hier werde ich noch einmal drehen, was du hier seht. Wie kann ein Mensch sich selbst beherrschen, wenn er ein Kleenbett aufgearbeitet hat? Dann sind die Emotionen zu sein, wo ich nicht schnei. Dann, wenn das geringste Bett eine Friede ist, dann jucht er vielleicht zu sein, was dem Lüter wird schämen. Aber er kriegt den anderen Weg. Dann wird er auch geboostet. Das boostet alle an den Vers hier. Stimmt es nicht? Die nächste Bibel, Galater. Oh, ich kann den hier nicht schreiben. Galater. Galater. 4 Vers 22. Okay, wenn wir das jetzt alle haben, was ist der nächste Stub? Was kommt dann? Galatians 5.22. Ich kann mal sagen, Jerusalem ist ein Mensch, der wird in uns hart als. Was ist das nächste, wenn wir Frieden frieden haben? Leib. Das ist ja gut, dass wir da auch waren. Aber was bringt das Matzik? Was? Geduld. Versicherung. Ja, die Versicherung bleibt Geduld. Aber was ist das wichtig, was das Matzik bringt, wenn wir hier auf dem Weg sind? Gut gesungen. Gut gesungen, sehr gut. Gut gesungen. Gut gesungen. Gut gesungen. Ich sehe hier nur ein Wort, das Jan kann. Was? Leib. Leib ist das ganz verste. Aber dort ist das Dorf, was wir eifeln, das ist das Wort, wie Kriegen. Gut. Ja, der habe ich hier. Aber was für das ganz wichtigste sein, was du in deinem Leben kriegst? Die Säulichkeit. Die Säulichkeit. Und, ja, du bist nicht close. Aber was willst du? Wel? Ja. No. Mira. Nu war ich mein und Hand schrieben, wenn ich heine den Bibel bin. Das sind alle fünf. Nein. ich bin ein Beter lang. Mira, da kommt, dann haben wir, vor dem habe ich das nicht. Dann habe ich ein Leben gehoben. Das bringt unser Leben gehoben. Das ist ein Ding für uns. Das darf nicht laufen. Stimmt das? Wenn wir uns dort mal lesen, in der Schrift, in Rheuma 15, ich werde es hier auch anschreiben. Rheuma 15 Exactly. Das habe ich hier auch gestampelt. Ich habe dort unsere PIN-Nummer. Wir wissen, was eine PIN ist. Wir haben dort einenronicsかな Frrates, wer hat sich hier immer nochmal lagen? Wir machen ja mal. Was war das? Das war es wieder ins. Was war das? Der hat sich gar nicht raus. Oh, der war uns das. Fast sind liebamentos. Oh,中共. Und night north der soll kurzsy nuovo sein. Oh ja, das stimmt. Aber deine Rechnung hat den Pernama. Ich weiß, ich habe keine Söhne, die ich nicht habe. Okay, Rheuma, Fafthien, Drathien. Ich werde den Mal lesen. Wie großartig ist das? Dann habe ich die lebende Hoffnung, ein Dach in den Himmel zu sein. Wir wollen es nach Titus 1, Vers 2 lesen. Da sage ich, das ist das. Wurde ich so die Hoffnung, ob ihr Leben habt, dass Gott, der nicht leben kann, versprechen hat, dass eure Welt den Anfang hatten. Dann hat er das allreit gemerkt, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Wenn was passieren würde, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Das allreit gemerkt hat, dass er das allreit gemerkt hat. Da habe ich Termine früh das Wiesn, das soll, sie stimmt das oder so, als du das erreicht hast. Was sagst du denn für dich? Was? Was sagst du denn für dich? Zu wem? Für die Jansge-Hotterhans und so zu sein. Was ich heute sagen würde, das ganz erste, würde ich sagen, das ist eine Frucht von den... Himmel hat man liegen. Himmel hat man liegen, noch. Ich würde bloß, willst du wem bringen, wie das hier vor dem Dach? Ich würde sagen, ein von den ganzen ersten Dingen, wie sie in der Schuld los war. Kann ich verstehen? Wir wollen los von der Schuld, wenn der Jansge-Hotterhans und dann wollen wir wieder losfahren. Uns ist das auch möglich. Ja. Und was wird dieser, der sagt, was wird dieser, der sagt, was wird der Kurs losfahren? Verstärkte. Ja. Aber der nächste denkt, sieg, das wurde er gesagt. Und dieser sagt, er kann die Schuld betont. Kann ich verstehen. Hier sind wir in zweit, wo lang, mit den Schopen Provenzals, mit den Jansge-Hotterhans und da, und merken uns das einheitlich schwer. Deshalb haben sie das auch geboten. Wir sehen, wir sind in Jerusalem, wie kamen das. Das ist doch. Was ist da, wie so Pferden, so lange, das mit den Rosenhaarchen? Und wir wollen uns hier das Leben lang schuldig herangehen. Ja. Während wir das Haft hier haben, nur das auf ihr Leben. Oh ja. Oh, Zaya. Ja. Du hast hier ein Zaya-Gaudet-Eich-Hemplo. Und weißt du was? Dort ist krank, wo mein Leben auch war. Ich war dort im Sinn. Wie gesagt, ich brauche kein Testament, ich brauche euch, ich brauche euch, da kann ich das für mich haben. Oh nein, dort schaue ich nicht. No, und dann habt ihr das nicht wirklich erfahren. Weißt du was? Wenn ich von dort geraten habe, dann kann ich euch allen vertellen. Ich habe auch die vierten Geschichten gehört, wo ein Mensch einen Exzidenz gehalten hat, und sie sagen, praise the Lord. Ich weiß nicht, wo Gott mit mir war. Die Leute mich am Leben, ich ging kicken, da soll auch kein Mensch leben, dich rüberkommen. So wie ich in den Sinn. Ich werde auch dort. Und dann ging ich kicken, wo ich dort dort in den Sinn wäre. Und dann muss ich Gott bloß danken, dass ich mich dort aufgehoben habe und meine Übung erleuchtet und mir genug geschenkt, dass ich sein Kind sein kann. Und ich preise ihm dafür und sei ihm Dankschein. Nein, ich meine, dort ist ein Seier, welches ich denke. Den war ich nur das ganze Leben, wenn ich dort, da wollte mir Seier wichtig sein, wenn ich auf einiges wem sei. Ich kann mir sagen, wenn du auf einiges wem gleich altig setzt, hier so wie diese Konten, die wollte er raufdagen. Hey, das ist hoffentlich, du brauchst sogar hier raufdagen. Kann sein. Deswegen explique ich, dort würde einer nichts selfish für sich wollen hören. Einer würde seine Freunde dort auch wollen sein. Definitely würde einer, der dort auch gern, er macht das auch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 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 Ja, das stimmt. Und ich zei einmal, wenn ich so eine Gelegenheit aus dem Gast und so viel, als ich die Gelegenheit habe, mein Zeugnis zu sein. Und ich wollte nicht sagen, ich brauche nicht hierherkommen. Da bemerkte mich keiner hierherkommen, hier in der Klasse an. Und ich weiß was, der Fried, der Gott mir hat für mein Leben gegebt, und ich glaube nicht, dass ich nicht so eine Gelegenheit habe. Ich glaube vielleicht bloß, ich habe einen Bein, der nicht immer zu klottern ist. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin, dass ich hierherkommen habe. Meuer Menschen haben gegeben, dass ich in Wahrheit bin. Und das schafft. Das schafft der Fried. Und ich weiß nicht, wo ich das schaffe, kriege ich, wenn wir uns einer und andere nicht mehr machen. So eine Worte schwer haben. Nur so eine Menschen gehen und sagen, weißt ich was, und neben den Armen zu sein, weißt ich was, hier ist viel meiner Power aus dir. Ich sage das, die Struggles, die brauchst du alle an den Weg zu legen. Und ich weiß nicht, wo ich war, weil die Mautik-Fahrwurz, die genug ist, viel geraten, sage ich, die Schrift. Amen. Gott hat das für uns erfunden, dass wir kein Erlösworten können. So ein Erlösworten können, wenn wir ein Erlösworten können. Es ist wichtig, dass wir ein Erlösworten können, wenn wir ein Erlösworten können können. Gut. So ein Erlösworten können. Aber das nächste Ding wird uns ein großer Hindernis geben. Aber das hat vielleicht noch niemals so wenig geschafft. Ich kann mal, ich kann hier ein Punkt, dass ich mein Leben genommen kann. Ich kann mal, what about Belehrigster. Dort ist ein Säuerkommendenk. Nü, weil ich dort ihr Schmulhahn, dort gerne sollen sein, dass wir umreichten. Stimmt das nicht? Und wenn ich gesagt habe, ganz umreichten, ich war so froh, dass ich belehriget bin, dann denke ich nicht, was Herr Gottreich ist. Das ist ein Eck. Stimmt das? Das ist das geratste Eck, das wir können haben, belehriget sein. Ja. 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 Das will immer noch eine sehr große Rolle spielen. Ich will reich. Keine Heimel noch dort. Ich will, du reich. Ich denke, du mein Bastard. Und mir war, mein aller Bastard, hat mir gesagt, dort wird nicht gut genug. Und was wird passieren, das sage ich. Wenn du dein Bastard daß, it's gut genug, you know what? Ich werde dir ein Dach weg, die du fährd in den Himmel geben. Wenn du dein Bastard wirst, stöhnen und mir nur folgen, ich werde dir den Himmel geben. Ich werde dir am Tiendoktor für ihr Weg, noch eine Weg, drei, und dann sage ich da, ob ich Abend sind, ob ich ein Gebet nehmen kann. und so. Und ich werde dann, ich würde vielleicht nicht ganz detaillig sein, für was ich gleich zu beten habe. Was sei denn, meinst du da? Einfach mal weh. Wenn ich vorhin tue, das sei doch, mir da, ich habe Schuld. Viele Menschen haben Schuld, oder waren Schuld, was für mich beten, dass ich meine Schuld noch mal ausfahre. Kleine Schuld, da war ich mir, und war ich mir, und ich brauche mich auch zu beteben, irgendwas Wort, bloß die Schuld, da war ich mir. Bring doch nur den Krieg. Ich werde dir die Schuld nicht strecken, mit der Schuld, mit der Schuld zu dealen, aber ich werde dir halten, mit der Schuld zu dealen, dass dir das nicht so schwer ist. Ich werde dir weh wiesen, seine Weh sind nicht andere Weh. Seine Weh, die haben eine Sehung, habe ich mir, dass das Opfer uns, dass wir leicht mit der Schuld, mehr da, vor dem, als ich so wie du, wie ein Gebirge, und ich werde dir ganz kaputt. Ich habe Schuld. Ich habe Schuld. Und ich warte mir, und ob die Schuld bloß noch einmal, noch trinken, proben, und von dort vergehen, oder weil es dort schafft nicht. Und, als ich jetzt mit mir begehen, dann habe ich mein Leben, das Abend, ich habe das Wort, ich konnte von dir und da nicht glauben, wo von der Weh, der mich aufmerkt, und der weiß, mir fehlt mehr, was mir fehlt. Der hat viel mehr, als der Schuld, was du vielleicht hast. Dort habe ich erfahren, dort habe ich. und auch in Sehen, wenn wir uns am Handeln, wir glauben, wir hatten, dort ist ein Limit, dort ist ein Limit, das Heu Sehen in der Welt. Dort sage ich, in so einem Menschenleben, wo ein, lefende Ströme, das Wasser fließen, und die wollen ein Segen bringen, auf die andere Menschen auch. Dort werden die Mord gefahren. Die nächste denke, wir haben mehr für einen Führer Pack-Up, Power Stroke, gebet. Gebet? Das ist noch mal. Heu, 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 Power Stroke. Oh, einer sahen, einer sahen. Okay, gut. Dann muss ein, er hat ein, er hat ein besseres Haus. Ein besseres, er hat ein Haus. Viele haben kein Haus. Ja. Habe mal ab Gebet, stehen die hier Menschen, die beenden für ein Haus. Er sagt, Arach. Ich habe nicht mehr, ich bin nicht mehr, aber ich bin nicht mehr, aber ich glaube auch nicht, ob er Worte hat Abraham. Habe ich einmal ein Haus? Wer kennt Abraham seine Geschichte? Der hat seine Leben, durch die eine von den rechten Menschen auf der Welt, und der hat niemand sein in das Haus geholt. Der wohnt bloß und selten. Wo? Wir tragen das am ersten Mal. Dort meinst du? Exactly. So war gut. Das war gut. Wie soll noch Gott sich direkt tragen, dann wird all das andere noch angekommen. Das Dank schreit für das Mörder. Das ist so gut. Ich glaube nicht, dass es alles im Gebet bringt. Alles Gebetsfall down. Ich wollte mich aufmerksam machen. Ich bin gefokust, dass niemand so einen großen Kombin hat, einen 4-Wheel-Drived-Traktar. Ich habe mich von mir im Bett verstanden. Ich fuhre noch einmal mit dem 2-Wheel-Drived-Traktar. Ich habe mich aufmerksam gemacht. Das kann man verstehen. Der hat Fähren, der dreift Fähren. Aber das ist auch ein Schmack, wenn der Arm wangt. Das dreift alles. Und dort kommt ein Denken an, wo unsere Versuchung hochkommt, dass wir neidisch sein wollen. Dort ist diese Zeit. Und das ist ein sehr ehrlicher Denker auf dieser Welt. Neidisch sein. Oft ganz. Wo sind wir hier gefokust? Sind wir das als Hauptsache oder als Nebensache? Den Himmel? Ja. Ja. Ich will das noch einmal. Aber weißt du Gott. Von dem war ich, ich muss schon auf dem Grund. Von dem war ich mit der Bank. Ich muss sagen, wie viel Kredit ich habe. Dort war ich den überwiesen. Kannst du verstehen? Dankeschön für das Abbringen. Dort ist ein sehr, sehr wichtiges Ding. Und weißt du Gott. Wer sich aufgehört und sich gelassen hat, der wird in allerhundert Sünden sein, sagt die Schrift. Der verbäselt sich. Der verbäselt sich. Der geräumt ab dem Arsch. 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 Da geht es. Da geht es. Wir werden dann weiterführen. Das, was heute sehen wir. Dort ist der Himmel. Wir werden hier nicht verbessert. Weißt du warum? Wir haben keine Guarantie. Wie lange. Wie lange dort gehängt. Dort sage ich nicht mal. Der Engel im Himmel weiß. Wenn euer Jesus dort etwas abklingelt. Dass das alles vorbei ist. Da wird hier allein. Einer wird sich schwer ausmählich werden. So soll einer über den Kosten kommen. Wir wollten nicht mal auf dem Bad. auf dem Bad zu Uwe sagen. Wow. Wo schuld wird das sein. Wenn es dort nicht beginnen können. Und wenn anderen dort gesagt haben. Wenn ich dort weiß. Wenn ich sagen anderen dort nicht. Wo schuldig würde ich mir fallen. Dort sage ich. Wir waren schuldig sein. Und uns Nächsten. weil die haben dort nicht aufgeworfen. Dann haben wir uns nicht aufgeworfen. Und wenn du den über nichts sagst. Was verantwortlich für dich. Ja, du hast auch wie im Bett in Pressure. Heute sagst du das. Ich will mal sagen, das habe ich gemacht am Anfang. Wer soll unter dem war ich nur das ganze Leben wissen? Wir haben es mal lesen. Matthäus, 4, 4, 10. Ich will das noch einmal lesen. Wenn wir das Lech haben, hier seht einer, da wir gehen, wenn heute das ist. Oder da wir stehen. Ja. Kann sein, dass auch mir wirklich das Lech in den Pfoten haben. Wenn dort Lech in deinem Leben ist, die wollen das Rehn oder sein, nicht achtet. Ja. und der Saal ist ja klar, so ein Klinik. Am Morgen wird ab Ihrem Monat der Brot nicht gerollen. Das ist auch mal. Dann sind eigentlich noch nicht Gunsten ab Ihrem Stadik. Ja. Aber wie dieser ist, ein heidiger Mensch wird nicht... Der wird nicht gerollen. Ja. Ich glaube, der wird verfreit. Ja. So würde ich sagen. Ich wünsche mir von Friedrich Rott. Aber ich war nicht dran, nur das zu gehen. Ich habe hier noch ein Säuerweg gedacht. Das hier. Einmal, einmal, dann wollen wir zum Schluss gehen. Ich habe hier einen Deilpunkt da noch, aber ich will hier noch ein Rüthäven. und das war so eine Betonung abgegeben. Das war so eine Amawara was da passieren. Und dort ist das. leicht über Sünde reden. Wieso sage ich immer das Schut, alle? Können Sie verstehen? Das Bordet haben. Das Böse hier. Die sind mehr und leicht. Sind das Sinn. Was dort gewassen, die sage ich, wenn die Götze in Wut lesen, braucht nicht einen anderen Teil klären, dass dort abends nicht Bordet. Das ist das Älste Gehen, manch als Menschen. Was die Schlange der Eva sieht, so Gott gesagt haben. Die sind ganz klar, sind das Sinn. Wir nicht mit Sünden spielen. Wir nicht über die Sünde sein. Wir nehmen die Säure ernst. Wir kriegen durch die Säure was wir sehen. Die Schlange der Eva so Gott gesagt haben. Von dem Baum sollen sie nicht erden. Auch weil die von der Wort am Hort leiden. Wenn der Jäste die ab eine Art mohnt hat, der dort nie mal der Frau stahl auf Gott die nicht mohnt. Heute, da ihr seine Stimme hört, verstärkt eure Herzen nicht. Wenn wir nicht verlangen an genoten der Wort dorthin. Amen.